... wieder offen, jedoch weiter in den Stamm abkennen. Ja, liebe Hütterfreunde, es läuft aber im Bauer aus, ich spritze da meine Zuckerrüben gegen Blattkrankheit. Amistar X, das ist eher ein vorbeugendes Mittel, gibt da einen Schutzbelag auf das Blatt, damit die da nicht gefallen werden. Zusätzlich spritze ich da noch so Mikrotok-Spuren-Elemente, Anthrac, Magnesium, etwas flüssig für mich. Ich muss da zu meinen Lüben schauen, die wollen nicht so recht vom Fleck. Ja, hier seht ihr hinter mir, da ist so ein Stau-Nässe, das ist Wasser. Und der Boden ist komplett zu, die Rüben haben zu wenig Luft und kann nicht wachsen. Ja, wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich vielleicht im späteren Frühling doch nochmals das Hackgerät hervorgehoben. Und die gesamte Rübenfläche gehackt. Aber jetzt ist das zu spät, jetzt spritze ich da, wie gesagt, gegen Blattflecken und gebe da verschiedene gute Sachen dazu, wie Mantra, wie Portrack, Epson Mikrotok, flüssig dünner, ein richtiger Cocktail für meine Rüben.